Ich bin ein Zocker, jedes Game wird jetzt gerockt, ich hab schon als Kind Mario auf der Nest gezockt, ich war schon immer ein Nerd, der gern zu Hause bleibt, ich wollte nur spielen, COD. Das sieht doch schon mal schicke aus. Juhu, durchsichtbare Flügel. Oh, da muss man noch die Welt laden, das geht mal ein Endleitungvolumen, einiges zu schnell. Oh, man. Oh, Alter, was geht mein Endleitung grad wirklich zu schnell? Das habe ich davon, das mag... ... jetzt mal rechnen kann sie liegen, weil ich hab jetzt erst alles übertaktet und noch mal mehr Leischung rausgewählt, so. Und der war da vor, ich hab's mal Leischung, trotzdem hab ich jetzt noch mal bis was rausgekitzelt, vorher. Ja. So. Da, ja. Lass mich raus. Nervlich nicht. Wir haben die Weihnachtsanzug, da hab ich jetzt auch eine Idee vor, wie ich das verwende. So, ja, haben wir aber noch was. Ich mach's doch die Quest. Weil damit kann man... Mane, Mane, Mane. Machen. Äh, so. Ah, Eisenerz. No. Ah, jetzt lässt sich das eine so. So, jetzt brauche ich einen Zettel, dann nötig ich mir das nicht mal. Oh, dieser Shit liegt. So, mit diesem Platz werden Waffen und magische Materialien. Die Odella Plantage, der Duro. Okay. Dann müssen wir mal nach Eisen dazu. So. Dann lass uns mal suchen. So. So. No. Wie, so kann ich das nicht. Wie, so kann ich das nicht. Man braucht hier das nicht, was die Menschen zusammen. So. Äh, gleich eisen. Ist ganz hier, das Eisenerz, das ich brauche. So. Konya. Das ist kein gültiges Ziel. D. Aber ich finde den Füßenflächen kriegt ein Mensch. ist dies muss das sein jetzt gehen oder Fertigkeiten Schicht E Wurzelchen ich muss uns haben ihr habt kein Ziel ausgebildet nicht die Schilder ist die Schilder sind okay ok es ist das war jetzt da kann ich den einen späteren ersetzen das ist ein 16 geschenkt in die Uhr was zu tun es gibt es nicht wieder erschienen den Fizieren so jetzt gehen und rechtsfahrt von Schüchern so geschossen so zwei starke Waffen aber jetzt ist es zu dem Eis es könnte es jetzt sein dass ich das irgendwo lande ich will euch falls es jemand weiß wo ich das landen kann dann sagt es mir bitte ich komme ich hier nicht weiter ja seit dem letzten haben die 50.000 348 sie sind 80.000 sind noch ein gestritten hier ich auch packen schwarz ganz lange wieder bis seit maßflug ausgab gemacht werden das geht auch immer wegstecken das Spiel ist auch nicht auf die Strecke die Strecke ja jetzt zu erledigt da kommt ein Demos aus haben der reiz zu zählen es ist ja nicht so ein mob klauer in so weiss ich vorstehen wird nur die mobs geklautet das ist das heiße Ziel das ist ein Schmuck 2 noch ein so so durch die seltsam mit 1027 leben kostbar und ich mal wieder ja So, da ist wieder so ein Kämpfer. Okay. Nein. Den sitzen. Weil das scheint, bessere Schuhe zu sein. Du musst dich auch noch gleich identifizieren. Ich habe jetzt eh ein Quest verdient, den kann man dir noch abgeben. So. Ja. Sehengebund, wie sind die das? Viel besser. Dir gefallen mir. Sind besser und sehen besser aus. Also, gesamt besser. Und so. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Soh... Soh... Ok, Schau! 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 Bäh so so okay dann lass die andere lass die andere yo wow man 30.57 na nicht so was haben wir denn auf der Quest jetzt guck mir mal rein oh ah ach gut komm die Kussmann auch gleich Menschen ähm ja doch war die eine Map ach die wieder oben ja da so so ey ach so das geht das nicht so 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 ich hoffe das mit uns in Silvestre jetzt ist es so so ich hoffe das ist ich wir haben ich es aus ich bis zu es ist rausgeholt die Notabschaltung aktiviert die ich sie wirklich überrascht dann habe ich echt zu viel geladen weil dann macht es bei mir zu dann ist es erstmal von einer Stunde Kandidaten da äh äh ich will nicht wo auch hier ein gültiges Ziel halt ihr könnt 10 sch sch so also äh das ist das falsche Ziel das ist das ich muss ach da ist Spur war ja einfach ja man wie kein Fly Sodelé. Das machen wir auch. Äh. 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 Ein Urteil ist auf unserer Seite. Ja. Der Schatzgottel. Welches Piratenschiff. Okay, jetzt war's dann beim nächsten Mal. Also, merkt euch, Piratenschiff ist das nächste Stich für die nächste Folge. Ich sag dann mal Ciao. Liken, kommentieren, abonnieren. Und ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen.